Gilbert Keith Chesterton Die drei Todeswerkzeuge Erzählt von Peter Bocek Sowohl durch seinen Beruf als aus Überzeugung wusste Vater Brown besser als die meisten unter uns, dass jeder Mann eine gewisse Würde umgibt, wenn er tot ist. Und doch überkam sogar ihn etwas wie Ungereimtheit, als er bei Tagesanbruch herausgerufen wurde und hörte, Sir Aaron Armstrong sei ermordet worden. Es lag etwas Absurdes und nicht Zusammenpassendes in dem Gedanken geheimer Gewaltanwendung in Verbindung mit einer so gänzlich leutseligen und volkstümlichen Gestalt. Denn Sir Armstrong war leutselig bis zur Komik und volkstümlich in einer Weise, die nahezu ans Legendenhafte grenzte. Es war wie wenn man vernehme, Sonny Jim habe sich aufgehängt oder Mr. Pickwell sei in Hanwell gestorben. Denn obwohl Sir Aaron Armstrong Menschenfreund war und als solcher mit den düsteren Seiten der Gesellschaft verkehrte, so tat er sich doch etwas darauf zugute, das in möglichst gemütlicher Weise zu tun. In seinen politischen und gesellschaftlichen Reden jagten Anekdoten und schallendes Gelächter einander. Er strotzte vor Gesundheit. Seine Lebensauffassung war ganz von Optimismus durchsetzt. Und wenn er sich mit den Trinkproblemen, seinem Lieblingsthema befasste, tat er es mit jenem grenzenlosen, ja sogar eintönigen Frohsinn, welcher so oft den wohlhabenden Abstinenzler kennzeichnet. Die allbekannte Geschichte seiner Umkehr war in den mehrpuritanischen Kreisen und unter ihren Predigern geläufig. Jene Geschichte, da er noch fast ein Knabe von schottischer Theologie zur schottischen Whisky überging, wie er sich beiden entwunden und, wie er in seiner Bescheidenheit zu sagen pflegte, das wurde, was er war. Und dennoch machte er sein breiter weißer Bart, sein kindlich frohes Gesicht und die glänzende Brille, er sah auf den zahllosen Festessen und Versammlungen, wo er erschien, schwer glaubhaft, dass er sich jemals so weit vergessen hatte, ein Trunkbold zu sein. Ihm eignete, man fühlte es, der gesundeste Frohsinn unter allen Menschenkindern. Er wohnte am äußersten Rande von Hampstead in einem hübschen Hause, wohl hoch, aber nicht breit. Einem richtig modernen und prosaischen Turme. Die schmalste der schmalen Seitenmauern erhob sich über dem steil abfallenden Grasdamme einer Bahnlinie, deren vorübereilende Züge sich erbeben machten. Sir Aaron Armstrong hatte, wie er sich zu rühmen pflegte, keine Nerven. Doch wenngleich der Zug oft das Haus hatte erbeben lassen, an diesem Morgen waren die Rollen vertauscht. Es war das Haus, welches dem Zug einen Stoß versetzte. Die Lokomotive wälzte sich langsam heran und hielt gerade an den Punkten, wo eine Ecke des Hauses bis zu dem steilen Rasenabhang vorstieß. Das Anhalten fast alles Mechanischen vollzieht sich langsam, doch war die lebende Ursache hier eine sehr rasche. Ein Mann, vollständig in schwarz gekleidet und wie man bemerkte sogar in schwarzen Handschuhen, erschien auf dem Damm oberhalb der Maschine und winkte wie eine düstere Windmühle mit seinen schwarzen Händen ab. Das allein hätte allerdings kaum einen selbst langsam fahrenden Zug zum Anhalten gebracht. Doch ging ein Schrei von ihm aus, von dem er später als von etwas gänzlich Unnatürlichem und nie Gehörtem noch sprach. Es war einer jener hervorgestoßenen Schreie, die, selbst wenn wir nicht hören können, was ausgerufen wird, dennoch so furchtbar deutlich sind. In diesem Falle lautete er Mord. Doch der Zugführer schwört, er würde auch dann gebremst haben, wenn er nur den schrecklichen und unverkennbaren Thron und nicht das Wort vernommen hätte. Nachdem der Zug einmal zum Stehen gekommen war, konnte er selbst der oberflächlichste Blick vieler Bestandteile des Dramas gewahr werden. Der Mann in schwarz auf dem grünen Rasen war Sir Aaron Armstrongs Diener, Magnus. Oft hatte der Baron in seiner frohen Laune sich über die schwarzen Handschuhe dieses mürrischen Dieners lustig gemacht. In diesem Augenblick jedoch lachte gewiss niemand darüber. Die ersten paar Neugierigen hatten kaum den Bahndamm und die rauchgeschwärzten Büsche überschritten, als sie den fast bis zum Fuße des Dammes herabgerollten Körper eines alten Mannes im gelben, scharlachgefütterten Schlafrock erblickten. Ein Stück Strick schien sich, um sein Bein verwickelt zu haben, vielleicht infolge eines Kampfes. Es gab auch ein paar, wenngleich sehr kleine Blutspritzer. Der Körper aber war in einer Stellung zusammengebogen oder gebrochen, die für ein lebendes Wesen unmöglich gewesen wäre. Es war Sir Aaron Armstrong. Nach einigen Augenblicken der Verwirrung tauchte ein kräftiger Mann mit blondem Barte auf, den ein paar Fahrgäste als den Sekretär des verstorbenen Patrick Royce erkannten. Einst eine bekannte Figur der Bohem und sogar berühmt in bohemischer Kunst. In abgeschwächteren, aber vielleicht klarer verständlichen Tönen gab er den Angstschrei des Dieners zurück. Als dann die dritte Gestalt dieses Haushaltes, Alice Armstrong, die Tochter des Verstorbenen, wankend und zitternd in den Garten hinaustrat, hatte der Zugführer dem Halten seines Zuges Halt geboten. Ein Pfiff ertönte und der Zug war davon gestampft, von der nächsten Station Hilfe zu holen. So war denn auf Verlangen des kräftigen Ex-Bohemiens und Sekretärs Patrick Royce Vater Brown Islands herbeigerufen worden. Royce war von Geburt ihre und von jener nicht seltenen Sorte von Katholiken, die sich ihrer Religion erst daran erinnern, wenn sie wirklich einmal erst in der Klemme stecken. Royce bitte hätte jedoch vielleicht weniger schnell Gehör gefunden, wenn nicht einer der Beamteten Geheimpolizisten, ein Freund und Bewunderer des Unbeamteten Flambeaus gewesen wäre. Und man konnte unmöglich ein Freund Flambeaus sein, ohne zahllose Geschichten über Vater Brown gehört zu haben. Während daher der junge Geheimpolizist, er hieß Merton, den kleinen Priester über die Felder zur Station geleitete, war ihre Unterhaltung dennoch vertraulicher, als man von zwei sich gänzlich Fremden erwarten konnte. Soweit ich sehen kann, gestand Merton aufrichtig, kann man überhaupt nicht daraus klug werden. Es ist niemand da, auf den man Verdacht haben könnte. Magnus ist ein umständlicher alter Narr, zu sehr Narr, um Mörder zu sein. Royce war seit Jahren des Barons bester Freund und zweifellos seine Tochter betete ihn an. Überdies ist alles viel zu absurd. Wer sollte einen so frohgesinnten alten Burschen wie Armstrong umbringen? Wer könnte Hand an die Kehle eines Nachtischredners legen? Es wäre, als wollte man Knecht Ruprecht ermorden. Ja, es ging fröhlich her in diesem Hause, stimmte Vater Brown bei. Es ging fröhlich her, solange er am Leben war. Glauben Sie, es wird auch so sein, jetzt, da er tot ist? Merton blieb ein wenig stehen und blickte seinen Begleiter aufmerksam an. Jetzt, da er tot ist, wiederholte er. Ja, fuhr der Priester unbekümmert fort. Er war heiter. Aber teilte er seine Heiterkeit anderen mit? Offengestanden war außer ihm jemals noch irgendjemand anderem Hause heiter? In Mertens Denkvermögen begann jenes sonderbare Licht der Überraschung aufzuleuchten, durch welches wir zum ersten Mal Dinge sehen, die wir schon längst gewusst haben. Oft war er wegen unbedeutender, den Menschenfreund angehenden Amtsangelegenheiten bei den Armstrongs gewesen, und jetzt erst fiel ihm ein, es war an und für sich ein niederdrückend stimmendes Haus. Die Zimmer waren sehr hoch und sehr kalt, die Ausstattung dürftig und gewöhnlich. Die zugigen Treppenflure wiesen elektrisches Licht auf, düsterer als der Mond. Und obwohl das alten, frischrotes Gesicht und silberner Bart wie ein Freudenfeuer der Reihe nach durch die Zimmer und Gänge geleuchtet hatten, es blieb darum keine Wärme zurück. Zweifellos hing diese geisterhafte Ungemütlichkeit des Hauses teilweise eben mit der Lebenskraft und dem Überschwange seines Besitzers zusammen. Er brauchte weder Ofen noch Lampen, pflegte er zu sagen, sondern trug seine eigene Wärme in sich. Aber als Merton an die anderen Insassen dachte, musste er zugeben, dass auch sie gleichsam Schatten ihres Herrn waren. Schon der mürrische Diener mit seinem Ungetümen von schwarzen Handschuhen sah aus wie ein böser Traum. Royce, der Sekretär, war greifbar genug, ein riesen Kerl in Lodenanzug und kurzem Bart. Aber der strohfarbene Bart war wie der Loden bedenklich mit grauen Fäden durchzogen und die breite Stirne von vorzeitigen Runzeln durchfeucht. Er war auch ganz gutmütig, jedoch von einer fast traurigen Gutmütigkeit eines etwa gebrochenen Herzens. Er hatte so etwas an sich wie von einem verfehlten Leben. Was Armstrongs Tochter betraf, so schien es fast unmöglich, dass sie seine Tochter sei, so bleich an Farbe und zart von Gestalt war sie. Ihre Bewegungen zeichneten sich durch Vollendung aus, doch ihre ganze Gestalt durchbebte ein Zittern, das an Espenlaub erinnerte. Merton hatte sich manchmal gefragt, ob das Poltern des vorüberfahrenden Zuges bei ihr das Zittern verursachte. Sie verstehen, sagte Vater Brown bescheiden blinzelnd, ich bin nicht sicher, ob Armstrongs Heiterkeit wirklich so erheiternd ist. Für andere. Sie meinen, niemand vermöchte einen so glücklichen alten Mann zu ermorden. Aber ich weiß nicht, Nenos in Dukas, in Tentationem. Wenn ich jemanden ermorden sollte, fügt er ganz einfach hinzu, glaube ich, würde es ein Optimist sein. Weshalb? rief Merton belustigt. Glauben Sie, die Leute lieben Heiterkeit nicht? Die Leute lieben öfteres Lachen, antwortete Vater Brown. Aber ich glaube nicht, dass ihnen ein fortwährendes Lachen gefällt. Heiterkeit ohne Humor ist eine sehr missliche Sache. Sie schritten schweigend ein Stück auf dem längs des Gleises sich hinziehenden Rasen entlang. Und gerade als sie in den langgestreckten Schatten des hohen Armstrongschen Hauses traten, bemerkte Vater Brown plötzlich, wie jemand, der mir einen unangenehmen Gedanken von sich werfen, anstatt ihn ernsthaft aufwerfen will. Freilich, trinken an sich ist weder gut noch schlecht. Doch ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute wie Armstrong gelegentlich eines Glases Wein bedürfen, um ihre Stimmung niederzuhalten. Merchens amtlicher Vorgesetzter, einer graute und erfahrener Detektiv namens Gilder, stand auf dem grünen Hafendamm und erwartete den Kronrichter, während er mit Patrick Royce sprach, dessen breite Schultern und struppiger Bart und Haare ihn überragten. Dies trat umso mehr hervor, als Royce immer wie unter einer schweren Last bedrückt einherging und seine kleinen Pflichten als Sekretär und Untergebener mit einer Art Schwerfälligkeit und Ergebung zu erfüllen schien, etwa wie ein Stier, der einen Handwagen zieht. Mit ungewöhnlicher Freude erhob er sein Haupt, als er den Priester ergewarte, und er führte ihn einige Schritte beiseite. Inzwischen wandte sich Merton zwar ehrerbietig, aber doch nicht ohne eine gewisse knabenhafte Ungeduld an den anderen Detektiv. »Nun, Gilder, haben Sie das Rätsel weiter gelöst?« »Es gibt kein Rätsel,« erwiderte Gilder, während er unter schweren Augenlidern an den hohen Bau emporblickte. »Nun, mir ist es jedenfalls eines,« gab Merton lächelnd zurück. »Es ist einfach genug, mein Junge,« meinte der bejahte Untersucher, seinen grauen Spitzbart streichend. Drei Minuten, nachdem Sie Mr. Royces geistlichen Hohlen gegangen waren, kam die ganze Sache heraus. »Sie erinnern sich des Dieners mit dem Wachsgesicht und den schwarzen Handschuhen, der den Zug anhielt?« »Ich würde ihn überall wiedererkennen. Ich bekam beinahe eine Gänsehaut, als ich ihn sah.« »Gut,« fuhr Gilder langsam fort, »als der Zug wieder weg war, war auch der Mann wieder weg. Ein ziemlich unverfrorener Verbrecher, nicht der mit demselben Zug entkommt, welcher die Polizei herbeiholt?« »Sie sind also wohl ziemlich sicher,« versetzte der junge Mann, »dass er wirklich seinen Herrn ermordete?« »Ja, mein Sohn, ich bin ziemlich sicher,« erwiderte Gilder trocken. »Aus dem einfachen Grunde, weil er mit 20.000 Pfund durchgegangen ist, die im Schreibtische seines Herrn lagen.« »Nein, das Einzige, was man eine Schwierigkeit nennen kann, liegt darin, wie er ihn umbrachte.« »Der Schädel scheint von einer großen Waffe eingeschlagen zu sein, doch ist nirgends eine solche Waffe zu finden. Und es wäre auch dem Mörder lästig gewesen, sie mit sich zu nehmen, es sei denn, sie war zu klein, um beachtet zu werden.« »Vielleicht war die Waffe zu groß, um beachtet zu werden,« sagte der Priester mit sonderbaren, leisen Kichern. Gilder wandte sich bei dieser gewandten Bemerkung um und fragte Brown ziemlich ernsthaft, was er meinte. »Habe mich dumm ausgedrückt, ich weiß es,« erwiderte Vater Brown entschuldigend. »Es klingt wie ein Märchen. Aber der arme Armstrong wurde mit einer Riesenkeule ermordet, einer großen grünen Keule, so groß, als dass man sie sehen könnte und die wir die Erde nennen.« Er zerschellte an diesem grünen Damm, auf dem wir stehen. »Wie meinen Sie das?« fragte der Detektiv hastig. Vater Brown wandte sein Vollmondgesicht der schmalen Rückwand des Gebäudes zu und blinzelte hoffnungslos auf. Seinen Augen folgend sahen sie, dass ganz oben an dieser sonst fensterlosen Wand ein Dachstubenfenster offen stand. »Sehen Sie nicht,« erklärte er, indem etwas linkisch wie ein Kind emporzeigte, »er wurde von dort oben herabgestürzt.« Gilder betrachtete stirnrunzeln das Fenster und meinte dann, »Nun ja, möglich ist es ja. Aber ich verstehe nicht, weshalb Sie Ihrer Sache so sicher sind.« Brown riss seine Augen weiter auf. »Nun«, sagte er, »ein Stück von einem Strick hängt an dem Beine des Toten. Sehen Sie nicht das andere dort oben in der Ecke des Fensters eingeklemmt?« In dieser Höhe sah das Ding wie ein Staubstreifen oder ein Haar aus. Aber der scharfsinnige alte Schnüffler war befriedigt. »Sie haben ganz recht, Herr«, gab er Vater Brown zu, »der Trumpf gehört jedenfalls Ihnen.« Fast während er noch sprach, bog zu ihrer Linken ein Extrazug mit einem Wagen auf der Linie ein, hielt an und spie ein paar weitere Polizisten aus, in deren Mitte das Galgenstrickgesicht von Magnus, dem verschwundenen Diener. »Wahrhaftig, Sie haben ihn!«, rief Gilder und trat mit einer ganz neuen Lebhaftigkeit darauf zu. »Haben Sie das Geld?«, schrie er den ersten Polizisten an. Der Mann blickte ihn mit einem ziemlich befremdeten Gesichtsausdruck an. »Nein.« Dann fügte er hinzu, »wenigstens hier nicht.« »Welches ist der Inspektor, bitte?«, fragte der Mann namens Magnus. Sobald er den Mund aufmachte, begriff jeder sofort, wie diese Stimme einen Zug anhalten konnte. Er war ein unfreundlich blickender Mann mit glattem, schwarzem Haar, farblosem Gesicht und einem leisen Anfluge von östlicher Rasse in den geschlitzten Augen und dem Mund. Abstammung und Namen waren unbestimmt geblieben, sagte Sir Aaron ihn von einer Kellnerstelle in einem Londoner Restaurant und auch, wie man sagte, von noch schlimmeren Dingen gerettet hatte. Doch seine Stimme war so lebensvoll wie sein Gesicht. Entweder in Folge genauer Aussprache, einer ihm fremden Sprache, oder aus Rücksicht gegen seinen Herrn, der etwas taub gewesen war, hatten Magnus lauter einen eigenartig durchdringenden und scharfen Klang. Und die ganze Gruppe sprang fast auf, als er sprach. »Ich habe es immer gewusst, dass es so kommen würde,« sagte er laut mit unverschämter Freundlichkeit. »Mein armer alter Herr machte sich über mich lustig, weil ich schwarz trug. Aber ich sagte es immer, ich würde für sein Leichenbegängnis bereit sein.« Hier machte er eine kurze Bewegung mit seinen schwarzen, behandschuhten Händen. »Sargeant«, sagte Inspektor Gilder, wütende Blicke auf die schwarzen Hände werfend, »wollen Sie diesem Kerl nicht die Handschellen anlegen? Er sieht ziemlich gefährlich aus.« »Ja, Sir«, zögerte der Aufgeforderte mit demselben sonderbar verwunderten Blicke, »ich weiß nicht, ob wir dürfen.« »Wieso?«, fragte Gilder ärgerlich. »Hatten Sie ihn da nicht verhaftet?« Etwas wie Verachtung spielte um den schlitzartigen Mund, und der Pfiff eines nahenden Zuges klang wie höhnischer Widerhall. »Wir verhafteten ihn,« erwiderte der Sergeant Ernst, als er eben aus dem Polizeiamt in Highgate heraustrat, wo er all seines Herrn Geld bei Inspektor Robinson hinterlegt hatte. Gilder blickte in höchster Verblüffung den Diener an. »Darum in aller Welt haben Sie das getan?«, fragte Magnus. »Damit er vor dem Verbrechen Sicherheit ist, natürlich,« versetzte dieser ruhig. »Ich meine,« sagte Gilder, »Sir Arons Geld wäre bei Sir Arons Familie sicher gewesen.« Der Schluss des Satzes wurde von dem Donnern des Zuges übertönt, der ratternd und schüttelnd vorbeifuhr. Aber durch all den Höllenlärm, dem dieses Unglückshaus von Zeit zu Zeit ausgesetzt war, konnten sie jede Silbe von Magnus' Antwort in ihrer glockenreichen Klarheit vernehmen. »Ich habe keinen Grund, Sir Arons Familie zu trauen.« Alle, die regungslos dastehenden, hatten das unheimliche Gefühl, als sei plötzlich eine neue Persönlichkeit zugegen, und Merton war wenig mehr überrascht, als er aufblickte und über Father Browns Schulter das bleiche Gesicht von Armstrongs Tochter sah. Sie war noch jung und schön, gleich einem Silberkunstwerk, doch ihr Haar von einem so matten und totalen Braun, dass es an einigen Stellen völlig erkraut schien. »Nehmen Sie sich in Acht, was Sie sagen«, bemerkte Royce Busch. »Sie erschrecken sonst Miss Armstrong.« »Das hoffe ich«, sagte der Mann mit der klaren Stimme. Als die Dame zu aller Verwunderung zusammenzuckte, fuhr er fort, »Ich bin so ziemlich an Miss Armstrong zittern gewöhnt. Ich habe sie Jahre hindurch dann und wann zittern gesehen. Einige meinten, sie zittere vor Kälte. Andere, sie zittere aus Furcht. Aber ich weiß es, sie zitterte vor Hass und gottlosem Zorn. Unholde, die heute früh ihren Festtag hatten. Sie wäre längst schon mit ihrem Verehrer und all dem Gelder weggelaufen, wenn ich nicht gewesen wäre. Seit dem Augenblick, da mein armer alter Herr ihr die Heirat verbot mit jenem versoffenen Lumpen. »Halt«, wehrte Gilder sehr ernst, »Ihre Familiengeschichten oder Vermutungen gehen uns nichts an. Wenn Sie keine greifbaren Beweise haben, so sind Ihre bloßen Meinungen. Oh, ich werde Ihnen greifbare Beweise beibringen«, unterbrach Magnus mit seinem kurzen Akzent. »Sie werden mich vorzuladen haben, Herr Inspektor, und ich werde dann die Wahrheit zu sagen haben. Und die Wahrheit ist diese. Einen Augenblick, nachdem der alte Mann blutend aus dem Fenster gestoßen war, lief ich in das Dachzimmer und fand seine Tochter ohnmächtig am Boden, noch mit einem geröteten Bolchmesser in der Hand. Gestatten Sie, dass ich auch dieses der zuständigen Behörde übergebe.« Er entnahm seiner Frackschostasche ein rotbeflecktes langes Messer mit Horngriff und überreicht es höflich dem Polizeibeamten. Dann trat er wieder zurück und die Schlitze seiner Augen verschwanden wie bei einem fetten, grinsenden Chinesen, nahezu gänzlich aus seinem Gesicht. Merton fühlte bei diesem Anblick eine nahezu körperliche Übelkeit in sich aufsteigen und flüsterte Gil dazu. »Sie werden doch sicher Miss Armstrongs Aussage der Seinen gegenüberstellen.« Vater Braun erhob und zeigte plötzlich ein so überraschend frisches Gesicht, als sei es soeben erst gewaschen. »Ja«, sagte er strahlend vor Einfalt, »aber steht Miss Armstrongs Aussage gegen die Seine?« Das Mädchen stieß einen sonderbaren kurzen Schrei aus. Alle blickten nach ihr. Ihre Gestalt war steif wie gelähmt. Nur Gesicht umrahmt von mattbraunem Haare drückte maßloses Erstaunen aus. Sie stand da, als wäre es im selben Augenblicke mit einer Wurfschlinge gefangen und gewürgt worden. »Dieser Mann«, versetzte Gilda ernst, »sagt aus, sie wurden nach der Mordtat bewusstlos und ein Messer umklammernd aufgefunden.« »Er sagt die Wahrheit«, antwortete Alice. Das Nächste, dessen man gewahr wurde, war, dass Patrick Royce mit seinem großen, gebeugten Kopf in den Kreis trat und die sonderbaren Worte sprach, »Nun, wenn ich muss, dann will ich erst noch mein Vergnügen haben.« Seine mächtigen Schultern hoben sich und seine Eisenfaust vor Magnus in sein grinsendes Mongolengesicht, sodass dieser flach wie ein Seestern auf den Rasen gestreckt lag. Zwei oder drei Polizisten legten sofort ihre Hände an Royce, den übrigen aber schien es, als wäre jedwede Vernunft zusammengebrochen. Und als hätte sich das Weltall in ein sinnloses Narrenspiel verwandelt. »Nichts davon, Mr. Royce, hatte Gilder befehlerisch ausgerufen, ich werde Sie wegen tätlichen Angriffes festnehmen.« »Nein, das werden Sie nicht,« erwiderte der Sekretär und seine Stimme klang wie die eines eisernen Gongs. »Sie werden mich wegen Mordes festnehmen.« Gilder warf einen beunruhigten Blick auf den niedergeschlagenen Mann. Aber da diese misshandelte Person bereits aufrecht saß und von dem wesentlich unverletzten Gesicht das bisschen Blut abwischte, meinte er nur kurz, »Was meinen Sie?« »Es ist ganz richtig, was dieser Kerl sagt,« erklärte Royce. »Miss Armstrong war mit einem Messer in der Hand ohnmächtig. Aber sie hatte nicht das Messer ergriffen, ihren Vater zu überfallen, sondern um ihn zu verteidigen.« »Ihn zu verteidigen?« wiederholte Gilder Strenge. »Gegen wen?« »Gegen mich,« antwortete der Sekretär. Alice blickte ihn verwirrt und betroffen an, dann sagte sie leise, »Trotz allem, es freut mich doch, dass Sie hochherzig sind.« »Kommen Sie hinauf,« blut Patrick Royce nachdenklich ein, und ich will Ihnen die ganze vermaledeite Geschichte erklären. Das Dachzimmer des Sekretärs Privatzimmer, eine ziemlich kleine Zelle für einen so umfangreichen Einsiedler, trug allerdings alle Spuren eines gewaltsamen Dramas. In der Mitte des Bodens lag wie weggeworfen ein großer Revolver, weiter zur Linken eine Brandweinflasche offen, doch nicht ganz leer. Die Decke des kleinen Tisches war herabgezerrt und zertreten und ein Stück von einer Schnur gleich der bei der Leiche gefundenen hing unordentlich über das Fensterbrett hinweg. Zwei Vasen lagen zerbrochen auf dem Kaminbrett und eine auf dem Teppich. Ich war betrunken, bekannte Royce und diese Einfachheit bei dem so vorzeitig vernichtenden Mann hatte doch etwas Rührendes, wie etwa die erste Sünde eines kleinen Kindes. Sie alle kennen mich, fuhr er mit heiserer Stimme fort. Jedermann weiß, wie meine Geschichte begann und so mag sie auch ebenso enden. Man nannte mich einst einen klugen Mann und ich hätte auch ein glücklicher sein können. Armstrong rettete die Überbleibsel von Verstand und Kraft aus der Kneipe und war nach seiner Art immer gut mit mir der arme Bursche. Nur wollte er mich nicht Alice heiraten lassen und man wird immer behaupten er hatte Recht. Nun können sie ihre eigenen Schlüsse ziehen und werden nicht verlangen dass ich auf Einzelheiten eingehe. Das dort in der Ecke ist meine halbgeleerte Brandweinflasche hier auf dem Teppich mein ganz verschossener Revolver. Es war der Strick von meinem Koffer den man bei dem Toten fand und aus meinem Fenster wurde die Leiche gestürzt. Sie brauchen keinen Detektiv damit zu befassen meine Tragödie zusammenzustellen es ist ein in dieser Welt nur zu oft wiederkehrender Fall Ich stelle mich selbst dem Galgen und weiss Gott das sagt genug Auf ein ziemlich rücksichtsvoll gegebenes Zeichen traten die Schutzleute an den starken Mann heran um ihn abzuführen Aber ihre Rücksichtsnahme wurde durch das sonderbare Gebaren Vater Browns gestört der auf Händen und Knien an der Türe auf dem Teppich umher kroch als wäre er in eine unverständliche Gebetsart vertieft Vollkommen gleichgültig dafür was andere über sein Tun und dessen Art denken möchten blieb er in dieser Stellung zeigte aber der Gesellschaft ein vergnügtes rundes Gesicht und klick so einem Vierfüßler mit einem sehr komischen Menschen Kopf Sehen Sie sagt er gemütlich das stimmt wirklich nicht zusammen Erst sagten sie wir hätten keine Waffe gefunden jetzt aber finden wir deren zu viele Da ist das Messer Schosseln und die Pistole zum Erschießen Bei all dem brach er sich noch den Hals durch den Sturz aus dem Fenster Das passt nicht zusammen es ist nicht wirtschaftlich Und er schüttelte den Kopf über dem Boden wie ein grasendes Pferd Inspektor Gilde hatte in ernster Absicht den Mund geöffnet ehe er jedoch sprechen konnte fuhr die groteske Gestalt am Boden geschwätzig fort Und dann drei unmögliche Dinge Erstens diese Löcher im Teppich wo die sechs Kugeln eingedrungen sind Warum in aller Welt sollte jemand auf einen Teppich schießen Ein Betrunkener wirft seinem Gegner das an den Kopf was ihm gerade ins Auge fällt Er fängt nicht mit seinen Füßen Händel oder mit seinen Pantoffeln Krieg an Und dann noch der Strick Und nachdem der Sprecher mit dem Teppich fertig war erhob er seine Hände und steckte sie in die Taschen blieb aber trotzdem ganz unbefangen auf den Knien In welcher denkbaren Betrunkenheit würde es jemandem einfallen einem anderen einen Strick um den Hals zu legen zu suchen um diesen ihm schließlich ums Bein zu schlingen Gar so betrunken war Royce jedenfalls nicht sonst schlief er jetzt wie ein Klotz und dann klarer als alles andere die Brandweinflasche sie nahmen an ein trunksüchtiger rang um die Brandweinflasche und dann nachdem er gewonnen hat schiebt er sie weg in die Ecke verschüttet die Hälfte und lässt die andere Hälfte darin das ist gerade das allerletzte was ein Trunkenbold täte er stand unbeholfen auf und sagte zu dem sich selbst anklagenden Mörder im Tone reinster zerknirschung es tut mir schrecklich leid mein lieber Herr aber Ihre Zählung ist wirklich Unsinn Herr wandte Alice Armstrong sich halblaut an den Priester kann ich einen Augenblick alleine mit Ihnen sprechen diese Bitte trieb den mitteilsamen Geistlichen auf den Gang hinaus und ehe er noch ins Zimmer eintreten konnte sprach das Fräulein schon mit auffallender Schärfe Sie sind ein gescheiter Mann und ich weiß sie versuchen Patrick zu retten aber es ist nutzlos der Kern des Ganzen ist schwarz und je mehr sie herausfinden umso mehr spricht gegen den Elenden den ich liebe Weshalb fragte Brown sie fest ins Auge fassend weil antwortete sie ebenso fest ich selbst ihn das Verbrechen begehen sah ah sagte Brown regungslos und was tat er ich befand mich in diesem Zimmer neben ihnen erklärte sie Beide Türen waren geschlossen aber plötzlich hörte ich eine Stimme brüllen wie ich sie nie zuvor in meinem Leben gehört habe Hölle 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 immer und immer wieder und dann erbebten die beiden Türen unter dem ersten Revolverschuss Dreimal noch krachte es ehe ich die beiden Türen aufbracht und das Zimmer voll Rauch fand aber die Pistole rauchte noch in meines Armen wahnsinnigen Patricks Hand und ich sah mit eigenen Augen wie der den letzten todbringenden Schuss abgab dann warf er sich auf meinen Vater der sich entsetzt an das Fensterbrett anklammerte und versuchte ihn im Handgemenge mit dem Strick zu erdrosseln den er ihm über den Kopf warf der aber über seine sich wehrende Schulter zu den Füßen herab glitt er schlang ihn wie ein Wahnsinniger um das Bein und zerrte ihn damit ich ergriff auf ein Teppich liegendes Messer und indem ich mich zwischen die beiden warf gelang es mir noch den Strick zu durchschneiden ehe ich ohnmächtig wurde ich verstehe sagte Vater Brown mit derselben hölzernen Höflichkeit ich danke ihnen während das Mädchen unter dem Drucke ihrer Erinnerungen zusammenbrach schritt der Priester steif in das Nebenzimmer wo er Gilde und Merton allein mit Patrick Royce diesen gefesselt auf einem Stuhle sitzend vorfand dort wandte er sich untertänigst an den Inspektor darf ich in ihrer Gegenwart ein Wort mit dem Gefangenen sprechen und darf ihr einen Augenblick dieser spaßigen Armreife ablegen er ist ein sehr kräftiger Mann brummte Merton weshalb wollen sie dass man sie abnimmt nun erwiderte der Priester demütig ich werde vielleicht die sehr große Ehre haben ihm die Hand zu drücken beide Polizisten starrten ihn an und Vater Brown fügte hinzu wollen sie es ihnen nicht sagen Sir der Mann auf dem Stuhl schüttelte seinen zerzausten Kopf und der Priester wandte sich ungeduldig ab dann werde ich es tun versetzte er das Leben des Einzelnen ist mehr wert als öffentlich als ansehen ich will die Lebenden retten und die Toten sich selbst begraben lassen er trat an das verhängnisvolle Fenster und blickte hinaus während er weitersprach ich sagte ihnen dass es in diesem Fall zu viele Waffen und nur einen einzigen Todesfall gab jetzt sage ich ihnen es waren überhaupt keine Todeswaffen und man bediente sich ihren nicht um einen Tod herbeizuführen frohsinn ist nicht wiedererkannte er er war versessen auf den Tod und mit der Tollheit des Wahnsinnigen hatte er den Tod um sich gestreut in den verschiedensten Gestalten einen Strick und seines Freundes Revolver und ein Messer Royce trat zufällig ein und handelte unverzüglich er schleuderte das Messer auf dem Teppich hinter sich griff schnell den Revolver auf und da keine Zeit war ihn zu entladen gab er Schuss um Schuss daraus auf den Fußboden ab der Selbstmörder ersah den Tod in einer vierten Möglichkeit und machte einen Sprung nach dem Fenster der Retter tat das Einzige was er tun konnte er lief mit dem Strick hinten ihm drein und versuchte ihm Hände und Füße zu binden Da stürzte dieses unglückselige Mädchen herein und in völliger Verkennung des Kampf versuchte es ihren Vater zu befreien Zuerst ritzte sie nur des armen Patrick Royce Handknöchel woher das ganze bisschen Blut in der ganzen Geschichte kommt Aber sie haben natürlich bemerkt dass er Blutspuren aber ohne Wunde auf dieses Dieners Gesicht hinterließ Doch kurz ehe das arme Weib ohnmächtig wurde schnitt sie ihren Vater los sodass er zerschmetternd durch dieses Fenster in die Ewigkeit einging Langes Schweigen herrschte nur unterbrochen durch den Metallklang der Fesseln welche Gilder Patrick Royce abnahm indem er zu diesem bemerkte Ich glaube ich hätte doch die Wahrheit sie und die junge Dame sind mehr wert als alles Nachreden für Armstrong Hol der Kuckuck Armstrongs Nachrede brauste Royce auf Verstehen sie denn nicht dass es geschah damit sie es nicht erfährt was nicht erfährt fragte Merton Nun dass ihren Vater tötete sie tummkopf brillte der andere Er wäre jetzt noch am Leben ohne ihr dazwischentreten Sie würde den Verstand verlieren wenn sie es Nein das glaube ich nicht war Vater Brown ein seinen Hut aufhebend Ich wäre sogar dafür es ihr zu sagen Selbst die mörderischsten Unklugheiten vergiften ein Leben nicht so wie die Sünde jedenfalls glaube ich sie werden beide jetzt glücklicher sein Ich muss jetzt nach der Taubstummel Schule zurück Als er auf das vom Wind bewegte Gras hinaus trat hielt ihn ein bekannter von Highgate an und sagte Der Untersuchungsrichter ist angekommen Die Untersuchung wird sofort beginnen Ich muss nach der Taubstummen Schule zurück versetzte Vater Brown Es tut mir leid Ich kann der Untersuchung nicht beiwohnen Ich 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 bin